Können Sie sich und Ihre Organisation kurz vorstellen? Mein Name ist Sven Thomsen, ich bin CIO des Landes Schleswig-Holstein und bin verantwortlich für die IT oder die Digitalisierung in der Landesverwaltung. Wir sind also eine klassische Landesverwaltung, bestehend aus Ministerien und einzelnen Bereichen, die unterhalb der Ministerien arbeiten. Wir machen also im Prinzip Ministeriumsarbeit, das Erzeugen von Texten, Dokumenten, das ist was wir tun. Wir sind knapp 40.000 Nutzerinnen und Nutzer auf knapp 25.000 Arbeitsplätzen, immer mehr tatsächlich auch ausschließlich auf Laptops und Mobilen. Welche konkreten Vorteile oder positiven Veränderungen haben Sie in Schleswig-Holstein seit der Einführung von Nextcloud festgestellt? Wir merken, dass sich die Zusammenarbeit und das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten komplett geändert hat. Es ist eben nicht mehr einfach das Versenden von Dateien und dann eben das Rückholen von Dateien, wo dann eine arme Seele dann entsprechend zusammensitzt und verschiedene Dateiversionen so zusammenführen machen, dass es wieder ein konsistenter Stand ist, sondern wir arbeiten gemeinsam an zentral vorgehaltenen Informationen und regeln nur noch den Zugriff darauf. Das ist das, was sich jetzt in der Arbeit wesentlich ändert und eine der wesentlichen Funktionen ist, die Nextcloud tatsächlich auch für uns bereitstellt. Was sind Ihre zukünftigen Pläne oder Bestrebungen, um die Nutzung von Nextcloud in Schleswig-Holstein zu erweitern? Wir sehen, dass wir in zwei Szenarien, glaube ich, jetzt einfach Traktion gewinnen. Das eine ist beim Ablösen von alten Infrastrukturen. Die klassischen Gruppenlaufwerke, Gruppenablagen, Abteilungs- oder Referatsserver, die genutzt wurden, um einfach Zusammenarbeit zu organisieren, die können komplett wegfallen und wir können quasi alles das, was mit ich gehe mit Dateien und Informationen um, im klassischen Bürokontext, das können wir auf Nextcloud ablösen und auch zentralisieren. Das heißt, da fällt auch in vielen großen Teilen noch von bestehender Restinfrastruktur weg. Das zweite ist, dass wir sehen, dass wir einfache, datenbasierte Zusammenarbeit-Szenarien tatsächlich auch neu denken können. Ich hatte eben das Thema Versenden von Tabellen gedacht, der Zwischenschritt gesagt. Der Zwischenschritt ist ja relativ simpel, dass wir in die Richtung gehen, dass wir eine Tabelle zentral bereitstellen. Aber eigentlich wollen wir auch das nicht, sondern wir wollen an den Daten arbeiten. Und ich glaube, dass mit Nextcloud Tables als Beispiel wir durchaus in den Punkt kommen, dass wir auch klassische Fachverfahren, ein Begriff, den es nur in der öffentlichen Verwaltung offensichtlich gibt, damit ablösen können, indem wir uns einfach überlegen, dass wir die Datenstrukturen in Nextcloud auch hinterlegen. Die Datenstrukturen in Nextcloud Die Datenstrukturen in Nextcloud